Hallo und Hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Heute wollen wir mal ein Klassiker von der norddeutschen Küste machen, Kartoffelsalapenbratig. Dazu nehmen wir Selaks, den panieren wir ganz normal mit entweder normalem Mehl, ich habe hier weißen Vollkornmehl, Ei, Mehl, Salz, Pfeffer, das machen wir mal vorweg, Salz, Pfeffer, Medien und dann das Ei hinein, nicht zu viel Mehl dran lassen, ich muss ein Stück abklopfen, dann nehmen wir den drüber, zur Pfanne, müssen schon darauf achten, dass das komplett benetzt ist, nochmal mit hinein das Paniermehl, schön andrücken das Ganze, zur Seite für das nächste Filet, ob das jetzt Selaks passt gut, Rotbarsch geht gut, das sind solche, Dorch natürlich, wenn ihr an der Ostsee seid, oder Kabeljau. Wir haben die Pfanne schon mal angemacht, muss auch schon schön heiß sein, nicht zu heiß für Fisch, aber schon eine vernünftige Hitze, genauso sollte es sein. Zwischen, aber das darf halt nicht verbrennen, ist ja schon empfindlich, ne. So, in der Zwischenzeit brauche ich einmal kurz meine Hände, mal ruhig einmal kurz bewegen, wir sehen schon, es bräunt, nochmal einmal drehen, ich verifiziere auch die Hitze, ich sehe gerade, es wird schon nicht zu stark, sonst deutlich reduzieren, dass sie einmal so halb drauf stehen. So, in der Zwischenzeit gehen wir auch an den Kartoffelsalat. Für den Kartoffelsalat brauchen wir ein bisschen Gurkenfang, habe ich hier schon mit drin, Kartoffeln, Pellkartoffeln am besten, Zwiebeln, Gewürzgurke, Mayonnaise, Senf, Salz, Pfeffer, Kaps- oder Sonnenblumenöl, und meistens sind man Petersilie, habe ich jetzt nicht im Haus, deswegen nehme ich mal Rucola als der Salz, schmeckt auch sehr gut mit dem Rucola. So, die Mayonnaise zum Gurkenfang hinzugeben, ich nehme den Senf schon gleich mit hinzu, die Menge des Senfes ist ein bisschen Geschmackssache, da streiten sich so die Geister auch sehr. Es gibt auch Leute, die ganz ohne Senf machen, selber Lidelsen, noch ein bisschen Öl hinein, weil wir auch relativ wenig Mayonnaise jetzt hatten. Das war schön. Ich muss zwischendurch den Pisch noch einmal kriegen. Ja, sieht aus gut aus, ne? Ich spiele da ganz auf die Pfanne drauf, auf die Flamme, und den schön langsam vorsichern machen. Dann die Kartoffeln, ganz einfach in Scheiben rollen, ne? Wie ihr das auch kennt. Das kann man natürlich auch von normalen Salz Kartoffeln machen. Ich persönlich bevorzuge den Pellkartoffeln, ich finde die Kartoffeln schmeckt einfach kartoffeliger, wenn sie in der Pfanne gekocht wird. Das ist ja auch noch ein Stück gesünder und spart auch noch Geld, weil man natürlich viel dünner Pellkart, wie man schält. Und dann die Zutaten, wie den deutschen Milch in der Pfanne erzählen. Gepflegte Speisen wollen bewegt werden. Das ist so ein alter Spruch, aber der Spruch hat noch bestanden. Das ist schon wichtig. Zwiebeln. Ich habe eine rote Zwiebel, ich finde die einfach schöner. Nicht nur vom Geschmack her besser, sondern auch für das Raube ist das einfach toll. Kleine Würfel. Geht eigentlich ganz einfach, wenn man vernünftiges Messer hat. die Gewürzgurken. Zwiebeln. die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Zwiebeln. ein bisschen Gewürz drauf Pfeffer Pfeffer Brokkola Pfeffer Fein hacken Schneiden Löwenzahn Pfeffer 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 Ganz bewusst zuerst die beiden was dünn, einmal, damit das grobe Fett wegkriegt, ganz einfaches Gericht, aber sieht doch einfach sehr ansprechend aus. Bon Appetit, wünsche ich Euch Euer Bioka und Tschüss!